Hallo, das ist der Moment, wo man das Gefühl hat, dass man zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit den richtigen Menschen ist. Ich bin die Uschi Gliedenberger vom Kastauer Bistum gebracht und mir feindert eine Fleserfahrt mit einer netten Gruppe von 41 Menschen in der Toskana und Cinque Terre. Heute sind wir hier in Carrara bei dem berühmten Marmorbriefen in dieser wunderschönen Fahrt. Ich habe das große Vergnügen, unseren hier siebten Fußfahrer von der Firma Fürstern, Franz Wimstedt, ein bisschen bei der Besteuerung der Gänse zu unterstützen zu dürfen. Herzlichen Dank, ich freue mich auch, liebe Uschi, dass du dabei bist. Und es ist wirklich Sonnenschein pur und wir schwitzen schon da herum, weil wir schon den weißen Marmor abgebaut haben. Wir haben den schon bearbeiten dürfen und den werden wir auch nach Hause bringen. In diesem Sinne, vielleicht sehen wir uns bald wieder. Also, macht es sich gut. Fiat euch!